auch noch ein bisschen zu Ah, super. So, und immer nein mit. Hallo. Heute machen wir wieder ein neues Video. Ja, wir müssen noch warten, bis es hot da ist. Da wollte ich gerade noch was zu trinken machen in der Küche. Werden wir noch mal kurz einen kleinen Augenblick hier. So, komme. Ah, hast du mir was mitgebracht? Nein. Na, egal. Heute machen wir jedenfalls ein neues Video. Und zwar wollen wir mit euch zusammen das neue Jahr feiern, denn ich habe Raketen gefunden. Du hast Raketen gefunden? Ja, hat mir vom Laster gefallen. Oh, was liegt denn da? Oh, Feuerwerk-Raketen. Oh, die nehme ich mit nach Hause. Da wird sich hot da aber freuen. Oh. Siehste? Du weißt schon, dass ich das nicht sehen kann. Egal. Komm, wir verlassen uns ein paar Raketen steigen. Yeah. Jawohl. Das ist doch aber gut. Ja, habe ich auch mit Ton dafür gelernt. So, wir wünschen euch jedenfalls einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und feiert gut, ballert gut und dann hören wir uns ein neues Jahr wieder. Also, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020